Viele Gäste waren dieses Mal im Machfelderhof, als der goldene Hans Moser an Dani Siegl vorgesehen hat. Danke, 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 danke. Ich danke euch allen, dass ihr heute da seid. Und ich bin wirklich ungeheuer gerührt, weil das habe ich mir gar nicht gedacht. Ich freue mich sehr darüber, dass so viele Menschen an meinem Leben teilnehmen. Danke euch dafür. Und ja, eigentlich dieser Moser-Preis bedeutet für mich wirklich etwas sehr, sehr Großes. Denn für mich ist Hans Moser einer der größten Schauspieler. Hansl, ich danke dir da oben. Ja, tschau, Opa. Alles, alles Liebe. Hans Moser, eine Legende, eine Theater- und Schauspiellegende, Fernsehlegende, Filmlegende, die wir alle kennen. Hans Moser, ein genialer Schauspieler, ein Volksschauspieler, wie es heute keinen mehr gibt. Und es gibt nur ganz wenige Kolleginnen und Kollegen, die noch live mit ihm gespielt haben. Und ich habe die Ehre, vor einigen Jahren den Hans Moser-Preis gegründet zu haben mit dem Machfelderhof. Und als Präsident des Wiener Künstler-Clubs verleihe ich diesen. Und wir haben da immer sehr elitäre Gäste von der Waltraud Haas über den Gerald Pichowetz. Wir wollten ihn verleihen an den Bertl Rübrecht, der leider schon krank ist. Die Vsenta Wengraf hat heute in letzter Minute abgesagt. Aber Dani Siegl hat auch zwei Filme mit ihm gedreht. Und der Herr Hans Moser, er lebe hoch. Charlotte Ludwig ließ es sich nicht nehmen, eines ihrer Schmankern zum Besten zu geben. Der Hans Moser war natürlich eine Ikone seiner Zeit. Er war ein Filmschauspieler, er war ein begnadeter Sänger, er war ein Text-Fanatiker. Der hat einfach dem Volk nach dem Mund geredet. Und ich freue mich, dass ich heute ein Lied von ihm singen darf, nämlich My Firezeit. Kennst du das? Mein Feuerzeug ist ein Patent, das alles tut, doch nur nicht brennt. Mein Feuerzeug hat Qualität. Nur möchte ich sehen, wie es ist, wenn es geht. Brennt schon einmal der Benzin? Ist der Feuerstein dann gut? Ist der Feuerstein dann gut? Ist das Radl dann kaputt? Dreht sich das Radl endlich hoch? Geht der Deckel da nicht hoch? Geht der Deckel endlich schon? Rutscht er doch durchs Loch davon? Mein Feuerzeug? Ich hab schon gewischt. Ich hab schon geputzt. Das gehört nicht gewischt. Applaus Danke. 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 Danke.